Wenn ich nicht hier rein kann Ah Ah ja Ich dachte ich brauch dich nicht Was geht denn erstmal auf der Was wollt ihr denn Alle wieder am durchdrehen Muss ich da hoch Ich seh die Flagpole schon Das Level war jetzt aber auch nicht wirklich Meine Herausforderung Ich glaub wir spielen jetzt dann auch nochmal auf Mittel Beim nächsten Mal Das ist ja echt geschenkt Was wir mir hier anbieten Für die 100er Challenge Dann kommt irgendwie so ein Nappes Und schreibt in die Kommentare Nr. 5 Schon wieder japanisch Das gibt's überhaupt nicht Die Japaner dominieren das hier Die machen alle Taigungsatze Alter Was passiert Okay Ich hätte nicht stehen bleiben sollen Das war mal ein Experiment Loool What What the fuck ey Aber kreativ sind sie Das muss man ihnen schon mal Zu gut erhalten Das hätte man ohne Panzer gar nicht geschafft Ich verstehe Jetzt geht's zurück What the fuck man Die sind echt schon abgedreht Aber doch Doch Kreativität ist schon Krass Wie Mario versucht ins Ziel zu laufen Das geht nicht Ah Nein Das ist ja bescheuert Da kannst du auch glaube ich Keinen neuen Rekord aufstellen Oder Ich meine Ist ja alles vollgegeben Fuck Ey Jetzt mal von dem Österreich Aber ich krieg nur solche Level Sehr einfallsreich Ja ja Zum Teufel Ey guckt euch das auch an Die 100er Mario Challenge Hat eine schwierige Hinterhinderung Aber ich glaube ich Ja gerade voll durch Das gibt's ja gar nicht Das gibt's überhaupt nicht Solche Vögel ey Okay Sind wir schon bei Level Nummer 7 BGM Was geht jetzt ab wieder Am Ende ist es auch Ist schon wieder so kreativ Ah mein Gamepad geht Nach dem Level muss ich mal Ganz schnell anschließen Ne Leute sorry Für die kleine Unterbrechung Aber Ich hab gleich kein Akku mehr Ich hab hier nämlich gerade In meinem Zimmer Vor kurzem Neuen Schreibtisch Angebracht Neues Regalstück dazu Und habe dadurch vergessen Anzuschließen Und zu laden Ach Das geht so schnell Das brauche ich nicht rausschneiden Oder Ist ja doch schon groß Okay Kann dir weiter machen Wie stellt man eigentlich ein Dass das nur bis zum gewissen Zeitpunkt Wie stellt man bitte ein Dass das Dass das nur bis zum gewissen Zeitpunkt Auto scrollt Oder ist das Ach hat es dann auf Aber das war ja interessant Okay Weiter geht's Ich hätte gedacht Mein Akku hält noch länger durch Aber naja Kann man sich hin A deadly climb Toll Erst kriege ich jetzt So Level geschenkt Und jetzt Das Finale muss dann so schwer sein Ja Ja mit Sicherheit Alter Na ja Naja ein bisschen Herausforderung Muss ja sein Da hatte ich ja Sehr lustige Level eben Davor die ganze Zeit Kappt Holy shit Kreativ ist es schon gemacht Das stimmt Warum mach ich jetzt den Drehsprung Fuck Und jetzt fällt das gleich ab Gell Ah ne Es fällt nur wieder runter Okay I'm slightly beast off Aber das ist echt kreativ gemacht Auch auf seine eigene Art und Weise Irgendwie hab ich es gerade mit dem Wort kreativ Aber es Es ist ja eigentlich so Man muss ja eigentlich immer nach der Kreativität der anderen hier bewerten Was die gemacht haben Oh das erinnert mich gerade An Donkey Kong Country Ne Doch Nicht Donkey Kong Country Wie hieß das für den Game Boy Donkey Kong Land Donkey Kong Country Land Schon ewig hätte ich das Spiel gehabt Aber da war auch Ein Level das war so schön für's gehen Scheiße Okay Das war böse abgekürzt Aber naja War's das schon? Ich hätte jetzt gedacht Das wird schwieriger Weil da ist dann A deadly climb Naja Aber ihr wisst ja Peach ist wieder nicht da Ja ist ja gut Ah ja Kann ich jetzt Einen von denen anpicken? Was ich denn Ne Okay Kann ich später denn mal nachschauen Was die Für Level erstellt haben Weil das war Oh cool Eine neue Figur Ist verfügbar geworden So Machen wir es mal... Okay, warum nicht? Fangen wir mal auf normal ein. Oh, das sind schon mehr. Okay. Ich will jetzt mal auf normal. Mal sehen, ob das auch so einfach ist oder ob da doch mehr bei rauskommt. Bin ich jetzt mal gespannt. Mom's World. Dein Muda läuft bei Super Mario nach links. Der Klassiker. Ach komm. Ich dachte, ich weiche dem noch aus. Scheiße, Mann. Okay, okay, okay. Ich sehe wenigstens nicht der einzige Trottel, der da runtergestützt ist. Muss man sich aber gut einteilen hier. Es wirkt so simpel, aber es ist doch ein bisschen challenging. Nein. Warum kann ich diese verfluten Feuerwelle nicht verflut werden? Mistiger Mist. Na gut, ich habe wieder eine Feuerblume. Ich komme nicht an Bowser vorbei. Wollt ihr mich denn verarschen? Da war hier schon Level Ende. Für den Anfang okay, aber noch ausbaufähig. Was die Mutter da zusammengezimmert hat. Weltrekord. 116 Sekunden, Alter. Wollt ihr mich mal verarschen? Dangerous Sea. Oh nein, es gibt ja Unterwasser. Wirklich. Fuckin' Stacheln da. Shit. Ja. Das war knapp. Das hätte ihm böse in die Hose gehen können. Der hat es aber auch echt ein bisschen übertrieben, in diesen Stacheln. Kugeln. Achso, Ende ist da oben. Ja, natürlich. Natürlich. Hier ist die Flagpole versteckt. Alles klar. Damit so Vollpfosten wie ich auch die Gelegenheit habe, mal einen Flagpole zu erreichen, wa? Was bitte war der Weltrekord? Alter, wollte ich mich verarschen. Souls Big Short Pipes. Oh naja, gut. Dann zeige ich mir mal, was... Beine hätte ich im Pilz verloren. Was er da... ...gemacht hat. Juhu! Alter! Seriously. Ach, du Scheiße! Nein! Nein, 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 Scheiße, da war das Ziel schon. Einige haben es ja echt wieder übertrieben, ne? Ich habe es genau gesehen, um diese Gumba die ganze Zeit zu beitern. Da steht Icid mit diesen Piranhas. Wieso? Ach, komm. Muss doch nicht sein, hier. Lau, Forrest! Funny. Naja. Erzählen sich schon Grenzen. Oh, jetzt wird es wieder japanisch. Ja! Hau! Und wuiowai! Ich sehe gerade nix! Scheiß, Alter! Wieso? Will ich mir das ein oder verschwinde das Ziel hier immer? Hä? Wie soll man das denn bitte beenden? Ich check's gerade net. Ja, 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 ich mache aber kein Alternativ-Level. Wir spielen da schon so durch. Auch wenn ich bei, glaube ich, dieser Folge vergessen habe, eine Begrüßung zu machen. Wir haben richtig abgedrehte Leute. Tschüss wieder. Wir spielen jetzt die 100er-Mage-Challenge auf mittel. Das geht noch in der nächsten Folge weiter. Wie ich mich anstellen werde, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vergesst nicht bitte in den Kommentaren zu lassen. Ich bin hier raus. Peace out! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.